Es gibt unzählige Arten auf der Erde. Immer wieder liest man, dass zum Beispiel eine neue Insektenart gefunden wurde oder dass vielleicht eine bestimmte Pflanzenart in einem Gebiet ausgestorben ist. In Deutschland gibt es zum Beispiel die Raben- und die Nebelkrähe, die sich anhand ihrer Gefiederfarbe unterscheiden lassen. Im Osten Deutschlands kommt die Nebelkrähe vor, im Westen die Rabenkrähe. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass neue Arten entstehen? In diesem Video siehst du, wie sich Arten umwandeln oder auf verschiedene Weise aufspalten können. Zunächst müssen wir uns bewusst machen, dass die Veränderung von genotypischen und phänotypischen Merkmalen nicht unbedingt die Bildung einer neuen Art zur Folge haben muss. Eine bereits bestehende Art kann sich also einfach weiterentwickeln. Man bezeichnet diese Gegebenheit auch als Artumwandlung oder Anagenese. Artumwandlung kommt häufig dort vor, wo sich die Umweltbedingungen kaum verändern. Gleichzeitig muss aber ein leichter Selektionsdruck in eine bestimmte Richtung vorliegen. Eine Art Aufspaltung oder Artbildung findet statt, wenn sich aus einer Ursprungsart zwei neue Arten bilden. Das heißt also, bei der Entwicklung von Arten kommt es zwischen Artspaltungen immer zu einer Anagenese. Beginnen wir mit der allopatrischen Artbildung, zu der es durch geografische Isolation kommt. Stell dir zum Beispiel einen See vor, der durch Sedimentablagerungen in zwei Hälften geteilt wird. Durch eine solche geografische Isolation ist es leicht vorstellbar, dass es zu einer Unterbrechung des Genflusses zwischen zwei Populationen kommt und sich die beiden Populationen unterschiedlich entwickeln. Schließlich sind sie so unterschiedlich, dass keine Fortpflanzung mehr stattfinden kann. Die allopatrische Artbildung ist die häufigste Form der Artbildung. In Deutschland gibt es zum Beispiel zwei Krähenarten, die aus einer Ursprungsart hervorgegangen sind. Östlich der Elbe gibt es die grau gefiederten Nebelkrähen. Westlich der Elbe die schwarzfarbenen Rabenkrähen. Hier kam es vermutlich während der letzten Eiszeiten zu einer geografischen Isolation, sodass zwei Rabenarten entstanden. Bei der Sympathrischen Artbildung kann eine Artbildung ohne räumliche Trennung stattfinden. In diesem Fall finden Artbildungen im selben Lebensraum statt. Man spricht auch von Artentstehung im Gebiet der Ursprungsart. Bei dieser Artbildung muss sich also zunächst durch eine Mutation, zum Beispiel eine phänotypische Eigenschaft oder auch das gesamte Genom ändern, wodurch es zu einer Fortpflanzungsschranke kommt. Eine Fortpflanzung findet dann nicht mehr statt. Es ist schwer vorstellbar, dass sich ohne räumliche Trennung zwei Arten aus einer Ursprungsart bilden können. Ich werde dir daher ein paar Beispiele zeigen. Bei Pflanzen kommt die Sympathrische Artbildung recht häufig vor. Dort sind Genommutationen häufig, in denen sich aus einer diploiden Ausgangsart polyploide Individuen bilden. Diese besitzen dann nicht ihren üblichen Chromosomensatz, sondern mehrfache Chromosomensätze. Beispielsweise findet man bei Rosen, Weizen oder auch Tabak solche polyploiden Arten. Polyploide Pflanzen können zwar unter sich gekreuzt werden, allerdings nicht mit den Ursprungsarten. Die mutierte Pflanze hat dann also keinen Allelaustausch mehr mit der übrigen Population. Aufgrund dieser Gegebenheit kommt es zur Art Aufspaltung ohne eine räumliche Trennung. Aber nicht nur solche Mutationen, die das gesamte Genom betreffen, führen zur sympathischen Artbildung. Es kann auch eine neue Eigenschaft sein. Stell dir zum Beispiel vor, dass eine Pflanzenart plötzlich auf einem schwermetallhaltigen Boden wachsen kann. Dann ist sie ökologisch isoliert und das könnte auch zur Bildung einer neuen Art führen. Bei Tieren kann man sich die sympathische Artbildung schwieriger vorstellen, da das Leben in einem Lebensraum auch immer die Möglichkeit zur Fortpflanzung geben sollte. Tiere, bei denen der Chromosomensatz durch eine Mutation vervielfältigt worden ist, sind im Gegensatz zu den Pflanzen weder lebensfähig noch können sie sich fortpflanzen. Darum findet man solche Mutationen nur im Pflanzen und nicht im Tierreich. Allerdings kann man sich bei Tieren vorstellen, dass sich zum Beispiel ein phänotypisches Merkmal wie die Färbung eines Tieres durch eine Mutation ändert. Dieser neue Phänotyp kann zu einer völlig neuen Präferenz in der Partnerwahl zwischen Männchen und Weibchen führen, wodurch sich aus einer Ursprungsart zwei oder mehrere Arten bilden. Auch die Partnerwahl an bestimmten Orten, bei Insekten zum Beispiel an einer bestimmten Blüte, könnte zu einer neuen Paarungspräferenz und damit zu einer neuen Art führen. Spezialisiert sich ein Insekt beispielsweise auf eine andere Blütenart oder Farbe, so kann es auf ganz neue Fortpflanzungspartner treffen, die ebenfalls diese Spezialisierung für diese Blütenart besitzen. Bei der Florfliege konnte man eine solche sympathische Artaufspaltung beobachten. Durch mehrere Mutationen kam es dort zur Veränderung der Körperfarbe, zu einer unterschiedlichen Aktivitätszeit bei der Fortpflanzung und zu einer Veränderung des Paarungsrufes. Diese Veränderungen führten dazu, dass schließlich eine neue Florfliegenart entstand. Du hast jetzt gesehen, wie sich eine Art verändern kann und es zur Artumwandlung kommt. Arten können sich aber auch in zwei oder mehr Arten aufspalten. Von allopatrischer Artbildung spricht man, wenn es durch geografische Isolation zur Artaufspaltung kommt, beispielsweise bei der Raben- und Nebelkrähe. Sympatrische Artbildung findet man, wenn bei Pflanzen Genommutationen zu polypluiden Pflanzen ablaufen oder sich phänotypische Merkmale ändern, die auf die Fortpflanzungsrate einen Einfluss haben, wie beispielsweise bei der Flurfliege. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rinne. Untertitelung des ZDF, 2020